Heute stellen wir Ihnen eine ganz aktuelle Studie aus eBiomedicin vor von Liu und Coworkers. Es geht um die Charakteristika von der Lymphozytenantwort und Zytokinprofile im periferen Blutausstrich von SARS-CoV-2 infizierten Patienten. Bei einer Covid-19-Erkrankung lässt sich anhand von zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhersagen, ob ein Patient einen schweren Verlauf oder nur milde Symptome entwickelt. Dies zeigt eine Studie an 40 Covid-19-Patienten im chinesischen Wuhan. Die Befunde seien in Deutschland bei mehreren Patienten bestätigt worden. Bei einem der beiden Immunzelltypen handelt es sich um sogenannte Killer-T-Zellen mit einem bestimmten Oberflächenmarker CD8. Sie töten virusinfizierte Körperzellen ab und unterbrechen damit die Vermehrung des Coronavirus-SARS-CoV-2. Wenn die Patienten nur wenige von diesen Zellen haben, haben sie ein hohes Risiko, schwere Symptome wie etwa eine Lungenentzündung oder Gerinnungsstörungen zu entwickeln. Der andere Zelltyp sind sogenannte Neutrophile und die sind eigentlich dafür da, Bakterien abzuwerden. Sie können aber auch T-Zellen in ihrer Funktion unterdrücken. Demnach wurden im Blutproben mit vielen Neutrophilen nur wenige T-Zellen gefunden, was mit einem schwereren Krankheitsverlauf verbunden war. Besonders betroffen hat das Patienten mit Vorerkrankungen, die dazu führen, dass die Anzahl der T-Zellen abnimmt, etwa Patienten nach Transplantation, die Medikamente zur Unterdrückung von Abstoßungsreaktionen erhalten. Betroffen sind auch Krebspatienten unter einer Chemotherapie älterer Menschen, bei denen die Zahl der T-Zellen altersbedingt abnehme, oder fettleibige Patienten. Man weiß, dass übergewichtige Personen schwächere und weniger T-Zellen haben. An der Uniklinik Essen habe sich bei mehr als 70% der schweren Covid-19-Verläufe um übergewichtige Männer gehandelt. Für eine Covid-19-Therapie folge daraus, dass man zu Anfang einer Infektion versuchen könnte, die Killer-T-Zellen zu stimulieren. Das könnten etwa bestimmte Impfstoffe. Auch die Vitamine A und C könnten die Funktion der T-Zellen verwässern. Bei Transplantierten könne man die Dosis der Medikamente zur Abwehrunterdrückung senken. Bei Krebspatienten müsste man im Falle einer SARS-CoV-2-Infektion die Chemotherapie unterbrechen. Einer der Autoren betont, dass eine eingehendere Studie dazu in Deutschland mittlerweile schwierig sei, da es zum Glück nicht mehr genügend Patienten gäbe. So habe es in etwa in der letzten Maiwoche an der Uniklinik Essen keine einzige Covid-19-Neuaufnahme gegeben. In der ersten Juniwoche nur eine. Ein sicherer Test, der eine prognostische Aussage über die zu erwartende Schwere einer Covid-19-Erkrankung zulässt, wäre sehr hilfreich. Man könne dann Risikopatienten frühzeitig stationär aufnehmen und bei Bedarf intensivmedizinisch therapieren. Der in der Studie erarbeitete Befund ist durchaus attraktiv. Allerdings sei die untersuchte Patientenzahl mit 40 Patienten sehr gering. Man sollte diesen Befund unbedingt an weiteren Patienten bevorzugt in einem anderen Erdteil bestätigen, auch um so einen etwaigen Beitrag der Genetik der Patienten auszuschließen. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikationen in eBiomedicine.